Wenn man die Bezeichnung Minimi nachschlägt, der Müttern schmeicheln soll, präsentierte das Mutter-Tochter-Gespann nun in New York der Öffentlichkeit die beiden Besuchten gemeinsam eine Preisverleihung und die Ähnlichkeit, die auf dem grauen Teppich des Events nicht zu ignorieren war, scheint von ihnen durchaus absichtlich inszeniert worden zu sein, so trugen Reese Witherspoon und Ava beide extrem ähnliche. Schwarze Stilettos, dazu kombinierten sie kurze schwarze Kleider, Ava wählte ein asymmetrisches Outfit. Reese, ein Model mit Poffermeln, beide waren kaum geschminkt, die Lippen in Tönen. Dezente Smokey Eis, die Langen Den 14-jährigen Deacon Witherspoon hat außerdem noch einen 5-jährigen Sohn, Tennessee, mit ihrem Ehemann Jim Todd Witherspoon und der 47-jährige Hollywood-Agent Todd sind seit 2011 verheiratet. Quelle, ntv.de Dezente Smokey Eis, die Lange 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 Vielen Dank. Vielen Dank.